Der Ort, den wir heute suchen, liegt im Landkreis Leer. Gegründet wurde der Ort 1822, als das Land Fläche für die Moorerschließung erwarb. Heute leben hier rund 400 Menschen. Früher hieß der Ort noch anders und trug die Endung Fehn im Namen. Aufgrund der damals ärmlichen Verhältnisse entstand im Volksmund sogar ein schnippischer Spitzname. 1830 baute man an der alten Dorfstraße eine kleine Schule. Knapp 30 Jahre später kam noch ein Glockenturm hinzu. Seit 1969 wird die alte Schule vollständig als Friedhofskapelle genutzt. Auch eine Freiwillige Feuerwehr hat der gesuchte Ort. Sie teilt sich ein Gelände mit dem Bürgerverein nahe dem Dorfhus. Der Sportverein liegt auf der anderen Seite des Dorfes. Ganz in der Nähe vom gesuchten Ort ist ein ehemaliges Binnendünengebiet. Hier kann man die höchste Erhebung aus Frieslands bestaunen. So liebe Zuschauer, jetzt sind Sie wieder gefragt, welchen Ort suchen wir dieses Mal?